Wir haben Fairtrade genau unter die Lupe genommen. Dazu besuchten wir den Weltladen in Retz. Bei einem Gespräch mit Frau Donabauer, einer Verkäuferin, konnten wir viele offene Fragen klären. Sie teilte uns mit, dass Fairtrade für den fairen Handel steht und die Bauern einen guten Preis bezahlt bekommen. Konsumenten meinen zu denen, dass sie ein gutes Gefühl bei Fairtrade-Produkten haben, da die hervorragende Qualität den Preis rechtfertigt. Das bestätigt auch Frau Donabauer im Interview. Unsere Fairtrade-Produkte sind zum Großteil eben auch biozertifiziert. Da wird eben auch drauf geschaut, dass es nicht nur den Menschen gut geht, sondern dass es auch der Umwelt gut geht. Das schmeckt man dann einfach auch bei den Produkten.